Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Samtex Wookiee und ich freue mich ganz besonders, dass ihr hier seid. Und wir spielen Lego Jurassic World. Das hier bezieht sich auf den ersten Teil Jurassic Park von dem guten alten Steven Spielberg. Ja, jeder kennt den Film. Das ist die Mission Strom wieder anschalten. Sprich, überall Dinos. Die Dinos sind ausgebrochen, die Sicherheitszäunen sind kaputt. Sie sind alle auf der Flucht und jetzt wollen sie die Sicherheitstüren wieder reaktivieren und den Strom wieder anmachen. Ja, deswegen heißt die Mission wahrscheinlich Strom wieder anschalten. Ja, das dazu. Wir sind immer noch beim ersten Durchlauf. Und beim ersten Durchlauf von Lego gibt es eigentlich noch nicht so viel zu sagen. Es gibt noch nicht so richtig geheime Sachen, was man finden hätte können oder finden kann. Sprich, geheime Kanister oder geheime Fundsachen, wie man hinkommt, das kommt alles erst im Nachhinein. Kann sein, dass man natürlich durch Zufall welche findet. Und wenn ja, das erfährt ihr dann alles hier. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und ja, wenn es mit YouTube jetzt nicht so klappt, sprich, dass sie die Videos ablehnen. Das kommt jetzt bei den neuen Lego leider etwas öfter vor. Da funktioniert es nicht so ganz. Sprich, sie mägeln an einem rum. Videosequenzen, Tonsequenzen, obwohl ich das schon alles rausgeschnitten habe. Und dann klappt es mit dem Hochladen nicht so. Man sagt die ganze Zeit, Drittanbieter und so weiter. Das ist alles nicht so leicht, aber das tut der ganze Sache nichts ab. Wir spielen deswegen trotzdem weiter Lego Jurassic World. Ja, wir haben uns riesig darauf gefreut, dass ein neues Lego kommt. Wir spielen es hier auf der Xbox One. Ich habe es mir zweimal geholt. Einmal für die One und einmal für die 360. Es gibt natürlich Doppelpunkte. Das ist nicht schlecht. Ich bin ein Gamescore-Spieler und ja, viele sagen jetzt, wo braucht es noch nicht? Nein, braucht es auch nicht. Aber wenn ich zum Sparspiele, dann ist es mit Freunden. Die COD-Serie, online ein bisschen, das mache ich ganz gerne. Ansonsten, wenn ich Spiele habe wie Lego jetzt oder sowas, dann geht es dann eigentlich bloß um Gamescore-Punkte. Und ja, das dazu, deswegen zweimal die Spiele. Ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß dabei. Und ja, haut rein. Ciao. Euer Wokeben. Und ja, haut rein. Das war's für heute. Großartig. Also, direkt vor Ihnen ist eine Metalltreppe. Die gehen Sie runter. Das war's für heute. Ich sehe den Kasten. Da steht Hochspannung drauf. Das war's für heute. Okay, dann versuch ich's jetzt. Okay. 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ich hab ihn im Visier. Los, jetzt! Ich hab ihn im Visier. Ich hab ihn im Visier. Ich hab ihn im Visier.